Wahnsinn! Bro, Spike Bridge. Verdammt, wie geil das klingt. Dieser Magnus kennt Ventura Bay wie kein anderer. Er hat hier das Sagen, denn er kennt sich hier so gut aus. Sein zweites Ich sozusagen, Mann, ganz mühelos. Das ist alles, was zu tun ist, Bro. Ganz einfach. Mann, alles zu wissen über den Ork, die Fahrer, das Spiel. Verstehst du? Wow, du kriegst den vollen Service heute Nacht. Was immer du tust, frag nicht nach Magnus Walker. Zu spät. Und ich fang gerade erst an, B. Wir wollen zu Magnus. Wir zeigen ihm, dass wir es wert sind. Wir pulverisieren sein legendäres Ergebnis, dann muss er zu uns kommen. So, jetzt geht's ab. Wer kommt mit? Komm mal, dich an ihn. Lass gut sein, Robin. Alles klar.